Hallo liebe Leute, willkommen zurück zu Dragon Age Origins. Beim letzten Mal haben wir alle unsere Begleiter aus den Fängen dieses komischen Traumes hier befreit. Und jetzt reden wir gerade mit Nial und haben dabei erfahren, dass Ultred, so ein Blutmagier, scheinbar irgendwie eine Verbindung des Zirkels der Magie mit Logain herstellen wollte. Aber irgendwie ist ihm der Irving dann auf die Spur gekommen und das wollen wir jetzt mal wissen, wie es da weitergeht. Ich glaube nicht, dass wir zu diesem Teil gekommen sind. Ich hatte kaum Bezahe, solche Gespräche sind wunderschön. Der Kurs der Aktion wurde meistens entschieden, bevor wir sogar kongregieren. Ultred hat einen Blut von Energie verlassen, der uns alle gegen die tiefsten Wurl. Das hat mich aufgewacht. Es war vielleicht ein Signal. Das war, als ein whole Grupp von Magier in die Kampel verbringte. Und wo kommen die Abscheulichkeiten her? Und wo kommen die Abscheulichkeiten her? Nein, du hast Pause gemacht. Wie jetzt? Feigling. Ich war in eine Panik. Als ich mich aufgewacht habe, habe ich gedacht, was würde passieren, wenn diese Sache rauskommen. Ich habe ein paar von meinen Freundinnen gekauft, und wir haben die Litane aus der Kompel. Ich habe gedacht, wenn wir die anderen verabschieden, können wir alles, was wir hatten, an Uldred. Was weißt du denn über diesen Dämonen? Dann werde ich ihm wohl auf die Nase hauen müssen. Auf geht's dann. Schau die Welt. Dann mach ich mich nicht. Soll ich mich dann sehen... Dann hätte ich gerne meine normale Gestalt passen müssen. Äh, äh, wo ist es denn? Da. Dann kriege ich ja hier doch mal eine Fähigkeit. Willenskraft ist immer gut, sehr fein. So, gibt es hier noch irgendwo was? Nö. Dann müsste ich jetzt ja eigentlich alles haben. Um dann in die Mitte zu gehen. Jawohl, auf geht's. Was haben wir hier? Eine rebellische Minion? Eine blöden? Eine blöden? Eine blöden? Ja, du hast mir nichts anzubieten. Das ist mir doch wurscht. Du möchtest, mich zu kämpfen? So geht's. Du wirst über deine Börse-Börse-Börse-Börse-Börse-Börse-Börse-Börse-Börse-Börse-Börse-Börse-Börse-Börse-Börse-Börse-Börse-Börse-Börse. So. Aber ich hab ja, ich hab ja hier... Oh, du siehst's. Wie alt? Sehr gut. Oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, 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 oh. Heilen... Wo treibst du dich denn rum? Sympathis-Börse-Börse-Börse-Börse-Börse-Börse-Börse-Börse-Börse-Börse-Börse-Börse-Börse-Börse-Börse-Börse-Börse-Coh-Börse. Ach, lass doch mal die Arme Lilliana in Ruhe. Blödes Viech. Wünscht es denn? Mach mal was dagegen. So. So sehe ich nichts. So. So sehe ich immer noch nichts. Zack. Oh, der wird zu Feuer gestanden. Ich brauche ihn wahrscheinlich nicht. Ich sage es doch, er kommt ein paar Mal hier. Oh, mein Herz. Promenade Jetzt hat er wieder ganz heiß angesprüht Ein bisschen Schambon ist er her Sogar viermal, ach du liebe Güte Okay, dann muss das halt so sein So, ich mach mal Diesen her Zack, dann wieder ins Kreuzfeuer nehmen Und dann wird das Aus Oh, ein fünftes Mal. Ja, sage mal. Na dann machen wir halt ein fünftes Mal. So, Moment, dann. Da kommst du ins Gedenknis. Hm, das interessiert mich nicht. Blöd, blöd. Dann wieder zurück. So, halt ich mal. Was müssen wir jetzt bald haben hier? So, Moment, du machst kein Feuer. Du machst Gruppenheilung. Na, der Sack. So, ich bin jetzt ein Läuver. So, ich bin jetzt ein Läuver. Ich, ich ver. Ich bin jetzt erst soviel. Ich bin jetzt soviel. Ich sagte... ich bin jetzt nicht soviel. Ich bin jetzt soviel. Ich bin jetzt soviel. Ja, der ist auf jeden Fall tot. Ja, dann soll ich mal möglichst schnell gehen. Es ist Zeit für uns beide, auf unseren Weg zu sein. Erinnern die Litane von Adrala. Der Zirkel ist alles, was jetzt wichtig ist. Danke und Tschüss, Freund. So, ein bisschen stärker muss sein und so, ähm, das und das, die wird dann später doch mehr zum Bogenschützen umfunktioniert, weil da hat ja schon so viel drin, das wäre Geschmarr da jetzt hier irgendwie in zwei Hand Waffen und so, also zwei Waffen in jeder Hand eine, um zu schulen. So, da haben wir gesagt, vier, die werde ich ja noch brauchen, ich bin immer noch so hässlich. Mann, das ist doch doof. Jetzt muss ich mir erst mal orientieren. Ich bin jetzt hier, naja. Ich bin jetzt hier, naja. Hier ist noch was. Alles ist so, wie du wolltest, meine Nacht. Unsere Liebe und unsere Familie sind mehr, als du erwartet. Und ich bin jetzt hier, bis jetzt hier, ne, was auf der ihr appen? Ich bin das hier, meine Lieblingsein. Also die Tür. Ich werde sie nachmittag. Ich war's, die Kinder zu gewinnen. Die Kinder haben die Sie schon geöffnet. Ich bin das hier. Ich bin das, die Kinder haben die Nachmittag gefallen. Dann machen sie zumentscheidig, während ich sehe, das ist. Annette, du bist auf einen liebenden, intimen Moment und ich mag keine Dämonen. Ich habe ihm gegeben, was er immer wollte. Wo ist der Fehler in dem? Das ist alles nur eine Illusion. All die Emotionen sind ungewöhnlich. Du kannst ihn nicht sehen, du kannst ihn nicht bemerken. Wie ist seine Glückwunsch weniger reale als jemand anderes? Ich habe ihn verletzt und eine Familie, die ihn liebt hat. Sie schützt seine Erinnerung und hat seine Wille verloren. Das ist... das ist ungewöhnlich. Niemand anderes hätte sein Herz gewusst. Er wusste nicht selbst. Wir sind Partner. Ich gebe ihm, was niemand anderes kann. Und durch ihn erlebe ich, was es ist, mortal zu sein. Ich kann jetzt einfach weglaufen, aber das mache ich auch nicht. Also mindestens will ich den Dämonen daher haben. Aber er soll natürlich sein eigenes Glück suchen. Der Templer muss ihn für sich selbst entscheiden. Wenn du diesen Mann helfen kannst, was lernt er? Nichts. Ich bin seine Frau und seine Kinder. Ich bin seine Frau und seine Kinder. Er wird mich zu der Tod, wenn es notwendig ist. Ich will nichts von dir. Ich habe, was ich meine. Alles, was ich sage, ist, dass du uns allein verlassen. Ja, spätestens die Templer räumen dann hier auf. Vielleicht werden wir weg. Vielleicht werden wir nicht. Gehen oder nicht gehen? Das ist hier die Frage. Ja, der ist so oder so auf irgendeine Art und Weise tot. Das haben wir ja gerade festgestellt. Weil der Nial, der zu lange da von so einem Dämonen besessen war. Oder halt in dieser Zwischenwelt. Der ist ja jetzt dann doch irgendwann gestorben. Also es wird mit dem Templer auch passieren. Na, war's ja kaputt. Hilfe! Es gibt Banditse an der Tür. Sie werden die Kinder töten. Sie werden mich nicht überwinden. Ich bin der nächste in Gretan. Na gut. Huch! Wo kommt das denn her? Das ist der einzige, der noch steht. Ja, dann geh mal bitte drauf vor. So. Da stehe ich gut. Ich darf es immer noch. Mal ein wenig. Ach, ich hab nichts zum Werfen. Du wenigstens deine Waffen einschmieren. Guck. Victory! Oh, oh, oh. Jetzt geht der auf den Morrigan. Keine gut. Das ist aber aktiv. Schauts hier aus. Auch nicht so wirklich gut. Dann... Mal das hier. Was zum? Das war jetzt gar nicht gut. Haha, nö. Echt jetzt? Oh, Mann. So, Moment. Das, das stand mir dabei. Das muss nicht sein. So, ich komme vorbei. Oh, Mann. So, Moment. Das, das stand mir dabei. Das muss nicht sein. So, ich komme vorbei. Super! Voll meine Angst! Für mich soweit! Echt! Bobby, spielt dressed in ihm noch nicht von der Mannschaft auszeichnet. Wisschen, wir hattenisionsdruck! Noam Aha! Oh. Zurück von mir auf. Hey! Sehr wohl! Gesundheit,ciasil, abweich Phone altitude ausreichend! Also ein bisschen nearby ist er mattress. Also ein paar Abweichs ver siamo. Ja, wir ruhen uns. Das ist abweich! Ich hätte so das Gefühl, ich glaube den Templer hätte man einfach nicht retten können. Zumindest ein bisschen Erfahrung mitgenommen. Und eine ordentliche Rüstung. Die Frage stellt sich gar nicht. So. Hm, nee. Okay, dann bleibe ich dabei. So, hier ist noch was. Apropos, ich könnte mir ja mal ein paar Drinks braun. Kann mir immer mal braun. Einmal 40, komm. So. Okay, sodala. Nach dem Kampf einmal speichern, bitte. Jetzt müssen wir mal gucken, wo es noch weiter geht. Oh, ein 7. Oder war das die da hinten? Ganz wichtig, mach diese blöde Halt. Nein, falsch. So. Ui, 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 ui. Oh. Ach du liebe Güte, was war das denn? Ich hab grad auch überhaupt null Überblick. Oh, Mann. Hmm. Oh, 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 oh. Das Lilies, Sack da bin. So, noch ein Schluck bitte. so kramt er mal ja da ging es in die fresse ja 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 das war ganz schön richtig ok hm Ich sehe ihn. Wo bin ich denn jetzt hier eigentlich? Nach unten will ich nicht, oder? Muss ich nach unten? Doch, schaut so aus. Ah. Bin ich denn eigentlich hier hochgekommen? So, mit dem habe ich schon geredet. Ich weiß jetzt gerade echt nicht, wo ich hin muss. Ich dachte, da geht es mal weiter hoch. Ich muss da auch nochmal irgendwo hingehen. Ja, oh man, genau. Genau. das ist nicht schlecht das ist nicht schlecht aber was? nein du kannst nichts geh weg diese Mütze setze ich mir auf jawohl frisch aus dem Zirkus ausgebrochen sehr schön halt hier dann ne dann kriegst du das Cabby wieso habe ich denn so viel einstecken Mensch die brauche ich dann noch ja ich muss das jetzt erst zu Ende machen bis ich dann wieder unten verkaufen kann ein Drachen so wie gut es heißt Drachen eigentlich schon aber hier 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 laufen hier im Magiaturm Drachen rum ja hm schade das ist aber echt nicht schlecht ich glaube das nehme ich mal lieber mit mal schauen was mache ich dafür kaputt ähm du bist nichts besonderes geh weg du heißt schon doof geh weg benutze ich auch nicht weg so benutze ich auch nicht weg so 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 Moment auf der Gnone rein hm 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 ab wot rum 交換 Ich werde den Weg wegwerfen. Ich werde den Weg wegwerfen. Das sollte schnell sein. Ich bin gleich weg. Los geht's! Sagen wir, hier kann ich noch rein? Oh ja! Das ist ein kleiner... ok. Wieso habe ich eigentlich keinen Hund dabei? Fällt mir gerade so aus. Aua! We wanted this. So, was ist denn mit den zwei? Da ist ein Starker dabei. Weg da! Zack! Zack! Schwer wirft denn da müssen Bomben hier rein? Oh, oh, oh! Das war knapp! Oh, das war sehr knapp! Malen, bitte! Hm! Hm! Was ist jetzt das? Ach, Mensch! Die Magier sind so schrecklich! Oh, oh, oh! 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 Ja, ja! Vielen Dank.